Wenn wir an den Islam denken, dann denken wir wohl häufig an Ereignisse der jüngeren Geschichte. Manche haben dann sofort die Konflikte in der arabischen Welt im Kopf oder wie im Namen des Islam Verbrechen verübt wurden. Aber das ist nur ein sehr kleiner Teil. In diesem Video hier geht es um die Blütezeit der islamisch-arabischen Kultur zwischen den Jahren 750 und 1250. Eine Zeit, in der die arabische Welt der christlichen in vielen Dingen weit voraus war. Wir beginnen wie so häufig mit der Vorgeschichte. Im siebten Jahrhundert entsteht auf der arabischen Halbinsel eine neue Religion. Der Islam. Unter der Führung des Propheten Mohammed und seinen Nachfolgern erhebt sich in nicht einmal 150 Jahren ein riesiges mächtiges Reich, das sich vom Atlantik über Nordafrika und den Nahen Osten bis nach Persien und Indien erstreckt. Allerdings ringen von Anfang an verschiedene Stämme und Clans um die Vorherrschaft, sodass sich die Muslime in verschiedene Glaubensrichtungen spalten. In die Sunniten, die heute die große Mehrheit stellen, und die Schiiten. Da gibt es noch ein paar kleinere Formen. Die Machtgewichte verschieben sich oft. Ist anfangs noch Medina das Zentrum des islamischen Herrschaftsbereichs, so wird bald Damaskus die Hauptstadt. Seit dem Jahr 661 herrscht der Clan der Umayyaden als Kalifen von Damaskus. Der Kalif ist das Oberhaupt der muslimischen Gemeinschaft und nach dem islamischen Glauben der Nachfolger des Propheten Mohammed. Bisher, vor 661, wurden die Kalifen immer gewählt. Jetzt, mit dem Machtantritt der Umayyaden, geht die Herrschaft vom Vater auf den Sohn über. Es entsteht eine Dynastie. Die Umayyaden etablieren Arabisch als Verwaltungssprache im ganzen Islamischen Reich und lassen einheitliche Münzen prägen. Aber ihre Dynastie wird schon bald vom Thron gestoßen. In einer offenen Revolution stürzt der Clan der Abbasiden die Umayyaden und verfolgt diese gnadenlos. Nur ein männlicher Nachkomme überlebt die Säuberung und gründet in Spanien eine neue Umayyaden-Dynastie. Dazu gleich noch mehr. Im restlichen islamischen Imperium herrschen aber ab 750 die Abbasiden. Die Gewichte verlagern sich. Die arabischen Stämme und Clans spielen eine immer geringere Rolle. Der Kalif wird immer einflussreicher. Im Jahr 762 gründet Kalif Mansur am Fluss Tigris die Stadt Bagdad. Das heißt so viel wie Geschenk Gottes. Und hier beginnt sie. Die Blütezeit des Islam. Im 9. Jahrhundert überstrahlt die islamische Kultur alle anderen Kulturen. Als Sinnbild steht die Metropole Bagdad. In ihr treffen sich Handelskarawanen aus der gesamten bekannten Welt. Hier kommen die besten Künstler und Wissenschaftler zusammen. Philosophische und literarische Texte aller Sprachen werden gesammelt und ins Aramten. und ins Arabische übersetzt. Auch Schriften der alten Römer und Griechen. Die waren im christlichen Europa fast vergessen. Und wären ohne die arabischen Übersetzungen wohl verloren gegangen. In fast allen Disziplinen setzen die islamischen Gelehrte neue Maßstäbe. Kunst, Literatur, Physik, Architektur, Chemie, Medizin, Mathematik. Nicht aus Zufall schreiben wir heute in arabischen Zahlen. Und nutzen Wörter, die aus dem Arabischen stammen. Ziffer, Tarif, Algebra, Algorithmus, Elixier oder Alkohol. Arabisch wird damals zur medizinischen Fachsprache und auch von jüdischen oder christlichen Ärzten benutzt. Einer der wichtigsten islamischen Gelehrten aus etwas späterer Zeit ist Ibn Sina, auch bekannt als Avicenna. Ihr kennt ihn vielleicht aus dem Buch der Medikus oder der entsprechenden Verfilmung mit Ben Kinsley. Kann ich sehr empfehlen. Ibn Sinas Werk Kanon der Medizin über Krankheiten und Medikamente wird später auch ins Lateinische übersetzt. Es gilt bis weit in die Neuzeit hinein als medizinisches Standardwerk. Aber zurück nach Bagdad im 9. Jahrhundert. Der Name der Stadt besitzt in aller Welt einen besonderen, einen fast märchenhaften Klang. So wie früher Rom oder auch Byzanz, Peking, viel später dann Paris oder London. Auch einer der Kalifen wird durch eine Märchensammlung bekannt. Harun al-Rashid. Er schreibt die Märchen aus Tausend und eine Nacht. Die politische Wirklichkeit ist nicht ganz so märchenhaft, muss man sagen. Die Zentralgewalt der herrschenden Abbasiden sitzt nicht so fest im Sattel, wie das im Nachhinein erscheint. Die Kalifen ziehen sich nicht zuletzt aus strategischen Gründen in das Zweistromland, in den heutigen Irak, zurück. In Syrien kommt es dauernd zu Aufständen arabischer Clans. In Ägypten und im Jemen erheben sich die Untertanen gegen aus ihrer Sicht ungerechte Steuern. Religiöse Abweichler fordern den Kalifen heraus. Vor allem in den Grenzregionen kann man oft schwer unterscheiden, ob da nun Gouverneure im Auftrag des Kalifen oder Warlords im eigenen Auftrag Politik machen und Krieg führen. Gegen das christliche byzantinische Reich wird Anfang des 9. Jahrhunderts praktisch ständig Krieg geführt. Denn Byzanz widersetzt sich nicht nur der muslimischen Eroberung, es versucht selbst Gebiete zurückzuerobern. Tatsächlich herrschen die abbasidischen Kalifen nicht im ganzen islamischen Gebiet. Bis zum Jahr 1000 entstehen mehrere eigenständige muslimische Herrschaften. In Ägypten und im Libanon, rund um das alte Katargo, in Syrien, im Kaukasus, in Afghanistan, in Nordwestindien. Das aus unserer heutiger Sicht wichtigste islamische Reich entsteht aber in Spanien. Diese arabische Herrschaft über Süd- und Mittelspanien nennt man auch Al-Andalus. Dafür springen wir noch einmal zurück, denn die Zeit des Islam in Spanien beginnt schon im Jahr 711. Also noch unter den Umayyaden mit der Eroberung der Halbinsel. Weitere Eroberungen in Westeuropa scheitern im Jahr 732 bei der Schlacht von Thur und Poitiers. Anführer auf christlicher Seite war damals übrigens Karl Martell, der Großvater von Karl dem Großen. Das von der Stadt Cordoba aus regierte Al-Andalus wird 755 der Rückzugsort der letzten Umayyaden, die der Säuberung durch die Abbasiden entkommen sind. Um das Jahr 950 herum erlebt das Kalifat seine Blüte. Cordoba wächst zur großen Metropole. Das neben dem Handel auch Literatur und Philosophie in Aufschwung nehmen, das liegt an der einzigartigen Mischung in Al-Andalus. Nehmt das ruhig wörtlich. Die Bevölkerung setzt sich zusammen aus Nachkommen der verschiedenen Stämme der Ureinwohner. Phönizier, Katarger, Römer, Kelten, Goten, Berbern und Arabern. Letztere bilden dann für Jahrhunderte die herrschende Schicht, stellen aber nur etwa 10% der Bevölkerung. Neben dieser diversen Herkunft sind auch verschiedene Religionen in Spanien heimisch. So kommt es zu einer einzigartigen Mischung aus christlichen, jüdischen und islamischen Denktraditionen und Auffassungen. Dieses Miteinander ist mal von mehr, mal von weniger Toleranz geprägt. Toleranz ist vielleicht nicht ganz richtig, denn es bedeutet ja andere Meinungen und vor allem Religionen zu dulden. Und dieses Dulden als eine wertvolle Errungenschaft anzusehen. Dieses Verständnis haben die Menschen im Mittelalter meistens nicht. Aber in Al-Andalus gibt es immer wieder Perioden, in denen Christen und Juden nicht besonders unterdrückt wurden. Auf jeden Fall gibt es einen regen Austausch zwischen den Gelehrten verschiedener Denktraditionen, Religionen und Fächern. Und bei einem solchen Austausch kommt immer etwas Besonderes heraus. Als im Jahr 1085 die Stadt Toledo vom christlichen König Alfons VI. erobert wird, beginnt die später sogenannte Reconquista, die Rückeroberung Spaniens durch die Christen, die erst nach mehr als 400 Jahren 1492 endet. Dass das muslimische Kalifat den einzelnen Fürstentümer zerfällt, macht es der christlichen Eroberung noch leichter. Über die islamische Zeit der iberischen Halbinsel wird auch unter Historikern heftig diskutiert. Die einen betonen, wie kulturell hochentwickelt das Kalifat war, die anderen heben den muslimischen Sklavenhandel hervor. Die einen betonen die religiöse Toleranz der muslimischen Herrscher, die anderen beklagen Zwangsbekehrungen. Das nur als kleiner Einschub. Wir kamen aus dem Jahr 1000 und den verschiedenen islamischen Herrschaften, die sich damals ausgebildet haben. Die Macht der Erbasiden beginnt zu bröckeln. In diesem Zeitraum werden verschiedene Turkvölker für die Dynastie immer wichtiger. Denn um die vielen Kriege zu führen, greifen die Kalifen immer öfter auf Söldnerarmeen zurück. Dabei bedienen sie sich ganzer Stämme, die sie sozusagen in Sold nehmen. Die am Rande der Seidenstraße nomadisch lebenden Turkvölker aus Innerasien sind schon Muslime. Jetzt kämpfen sie im Auftrag der Kalifen. Aber genau das wird den Abassiden zum Verhängnis. Denn die Turkvölker entreißen ihnen letztendlich die Macht. Ihre Anführer werden Sultane und errichten eine sogenannte Schutzherrschaft. Schutzherrschaft über das Kalifat. In Wirklichkeit bedeutet das, die Sultane übernehmen die militärische Kontrolle. Die Abassiden-Kalifen in Bagdad bleiben als religiöse Führer zwar die oberste Instanz, aber sie sind nicht mehr die wirklich Mächtigen. Das sind nun die türkischen Stämme. Und einer dieser Stämme sind die Seltschuken. Deren Oberhaupt, Turul, wird Mitte des 11. Jahrhunderts vom sunnitischen Kalifen Bagdads zum Sultan, König des Ostens und des Westens sowie zum Erneuerer des Islams bestimmt. Außerdem verbinden sich die Abassiden familiär mit der Herrscherfamilie der Seltschuken. Die Seltschuken haben also den Auftrag zu erobern. Gegner sind die konkurrierenden Schiiten und die Herrscher in Ägypten. Aber auch Byzanz. Zunächst einigen sich die beiden Reiche vertraglich, aber als Byzanz auch an anderen Fronten unter Druck gerät, überfallen immer wieder seltschukische Truppen die östlichen Gebiete des Byzantinischen Reiches. Letztlich erobern sie Anatolien, die heutige Türkei. Und damit beginnt dann die Vorgeschichte der Türken und des Osmanischen Reichs. Das Seltschukische Reich reicht also vom Mittelmeer bis ins heutige Usbekistan. Es umschließt Syrien und Israel, den Golf von Oman bis nach Pakistan. Verschiedene seltschukische Familien kontrollieren die einzelnen Gebiete. Das Reich ist also ebenfalls kein Zentralstaat, sondern es gibt mehrere Machtzentren. Auch innerhalb der islamischen Welt verschieben sich bald die politisch-militärischen Gewichte. Der wichtigste Konkurrent der sunnitischen Seltschuken sind die schiitischen Fatimiden in Ägypten. Von ihrer Hauptstadt Kairo aus beherrschen sie den Norden Afrikas und auch Teile des Nahen Ostens, sowie der arabischen Halbinsel. Ein großes Gebiet. Ab dem Jahr 1170 übernimmt Saladin die Macht in Ägypten. Der Sunnit wird Sultan und schafft ein Reich, das ein paar Jahrzehnte die dominierende islamische Macht ist. Saladin erobert Jerusalem von den Christen zurück und ist heute einer der bekanntesten muslimischen Herrscher. Nicht zuletzt wegen seines berühmten Konfliktes mit Richard Löwenherz und den Kreuzfahrern. Die Konkurrenz der verschiedenen islamischen Herrscherhäuser und Stämme macht sich im 13. Jahrhundert ein Eroberer zunutze. Die Mongolen unter Genghis Khan und seine Nachfolgern. Sie unterwerfen die iranischen und irakischen Gebiete, Teile Syriens und Kleinasiens. Damit endet das abasitische Kalifat von Bagdad endgültig. Und auch, was heute die Blütezeit des Islam genannt wird. Aber natürlich endet die Geschichte der großen islamischen Reiche damit nicht. Ganz im Gegenteil. Mit dem Aufstieg des Osmanischen Reiches beginnt um das Jahr 1300 herum ein neues Kapitel. Zum Osmanischen Reich haben wir auch schon mal ein extra Video gemacht. Das findet ihr, wenn ihr oben auf das i klickt. Darin geht es vor allem um die Zeit während des Ersten Weltkriegs. Und falls ihr mehr zur Entstehung des Islam sehen wollt, findet ihr hier neben mir ein Video der Kollegen von Terra X zum 7. Jahrhundert und der Entstehung des Islam. Und direkt darunter noch ein Video von unserem Kanal hier. Mich würde mal interessieren, was denkt ihr über die Geschichte des Islam? Wo findet ihr vielleicht noch Spuren seiner Blütezeit? Schreibt uns eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Aber bitte bleibt fair, muss man bei so einem Thema ja immer wieder dazu sagen. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen.